Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinemanuel aus Liebe zum Film. Ja es ist wieder Montag, es ist wieder 5 Uhr und das bedeutet eine weitere Top 5 Liste. Wartet auf euch, leider schon die letzte Top 5 Liste in diesem Horror Oktober, denn wir schreiten mit großen Schritten langsam aber sicher auf Halloween zu. In 2 Tagen ist es soweit und ich habe mir letztens Happy Death Day reingezogen, eine Review dazu findet ihr selbstverständlich auf meinem Kanal, guckt in die Playlist von Horror Oktober 2018 und anlässlich dieses Films habe ich mir gedacht, Mensch so eine Top 5 über Horror Filme freigegeben ab 12 Jahren, das wäre doch wirklich interessant, denn es muss nicht immer blutig sein, es muss nicht immer voller Splatter und Gore sein. Klar haben wir da auch nichts dagegen, aber es geht auch anders und darum soll es in der heutigen Top 5 Liste gehen. Ich wünsche euch allen viel Spaß. Ja und im Beginn dieser Top 5 Liste macht auch gleich Happy Death Day, es war so ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Warm Bodies zu beiden Filmen, gibt es ja eine Review im Horror Oktober 2018, guckt euch die mal an, da wird ausführlich darüber gesprochen und ich fand den Film sehr gut gelungen. Er hatte so seine Raffinessen und auch die ein oder andere Gewaltspitze, aber auch ohne die wäre das ein richtig cooler, ausgeklügelter Film, der das Thema und täglich grüßt das Murmeltier mit Horror sehr gut vermischt und ich bin gespannt, denn es ist ja ein zweiter Teil angekündigt, was sie daraus machen werden, was sagt ihr zu dem Film und was sagt ihr zu der bevorstehenden Fortsetzung, schreibt es mir unten in die Kommentare. Auf jeden Fall mein Top 5 Film für Horrorfilme ab 12 Jahren freigegeben, Happy Death Day. Auf Platz 4 hat es geschafft The Shallows mit der wunderbaren Blake Lively. Sie spielt eine Surferin, die von einem Haifisch angegriffen wird und sich auf so eine kleine Insel retten kann, aber der Hai zieht seine Kreise drum und Blake Lively muss auch wieder runter von der Insel. Ist ja ganz klar, wie wird der Film enden? Wir wissen es nicht genau. Ja, Horrorfilme in Kombination mit Tieren wie Haifischen, Alligatoren sind ja auch immer eine besonders spezielle, lustige und manchmal auch sehr trashige Sache, wie bei Sharknado, Two-Headed, Three-Headed, Four-Headed, Five-Headed, Ninety-Six-Headed-Shark oder auch Sharktopus, Sunsharks und Snowsharks und wie sie alle heißen, die Nazi-Sharks fliegen auch noch umeinander. Da einen richtig guten Hai-Horrorfilm rauszufiltern ist schwierig. Seit der Weiße Hai gab es da leider nur noch wenige Filme, zum einen vielleicht Deep Blue Sea oder auch Open Water 1 und 2, die ebenfalls freigegeben ab zwölf Jahren sind, aber ich habe mich hier für eben The Shallows entschieden, weil unsere Blake Lively einfach sehr gut spielt. Diese Eins-gegen-eins-Situation, die gefällt mir sehr gut. Man spürt richtig ihre Angst. Der Film ist spannend und ja, das Ende ist ein bisschen trashig, aber okay, man kann drüber hinwegsehen für einen FSK-12-Film, ein richtig gelungener Film und deswegen meine Nummero 4 war The Shallows. Kommen wir zur goldenen Mitte, nämlich Platz Nummero 3 und da hätten wir hier die neun Pforten mit Johnny Depp. Ja, auch ich musste zuerst nochmal nachrecherchieren und gucken, ob der Film wirklich ab zwölf Jahren freigegeben ist. Ich konnte zuerst gar nicht glauben. Nicht, weil er so gewalttätig ist, sondern wegen dem speziellen Thema und auch der ganzen dichten Atmosphäre. Aber was wollen wir uns beschweren? Hier haben wir Johnny Depp in einer sehr guten, ernsten Rolle, der die Echtheit ein paar Bücher überprüfen soll. Die sind angeblich vom Teufel persönlich geschrieben und durch das Vorlesen aus diesen Büchern kann man angeblich auch den Teufel heraufbeschwören. Sehr interessantes Thema. Wie gesagt, es gibt nicht so viele Gewaltspitzen in dem Film, aber er hat natürlich ein paar gewisse Elemente und Schauwerte drin. Johnny Depp spielt die Rolle sehr gut und auch sonst hier, wie sich das Ganze dann erschließt und aufgelöst wird. Absolut hervorragend für mich. Eine sehr, sehr gute Nummero 3 hier. Die neuen Pforten bei der Top 5 der besten Horrorfilme freigegeben ab zwölf Jahren. Und schon sind wir bei Nummero 2 und da hätten wir hier einen Film über den Grafen, nämlich Dracula mit Bela Lujosi, der Schwarz-Weiß-Klassiker. Aber ich hätte auch natürlich den ersten Dracula mit Christopher Lee nennen können. Auch dieser ist freigegeben ab zwölf Jahren, ebenso wie Shadow of the Vampire ein Film, worin es darum geht, wie der erste Nosferatu entstanden ist, der meiner Meinung nach sogar ab sechs Jahren freigegeben ist. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr ganz genau. Oder der eher lustigere Vertreter Tanz der Vampire mit und von Roman Polanski, aber auch moderne Vertreter wie Van Helsing oder Dracula Untold sind freigegeben ab zwölf Jahren und auch sehr gute Vertreter seiner Zunft. Man sieht also, Dracula geht nicht immer äußerst brutal zu Werke, aber da, wo er beißt, da wächst kein Gras mehr. Für mich meine Nummero 2 der besten Vampir- oder Horrorfilme freigegeben ab zwölf Jahren. Etwas richtig Schönes zum Gruseln, Bela Lujosi und Dracula. Jo, liebe Filmfreunde, und hier ist sie dann. Meine persönliche Nummero 1, mein Favorit, wenn es darum geht, die besten Horror-Gruselfilme freigegeben ab zwölf Jahren für den Horror-Oktober, um sich in Stimmung zu bringen für Halloween. Was wäre da besser geeignet als Ghostbusters? Alleine wenn schon die legendäre Titelmusik ertönt, kommt man doch schon richtig schön in Stimmung. Und wir haben unsere liebgewonnenen Hauptcharaktere hier. Ein richtig schöner Gruselspaß. Klar sagen jetzt viele, das ist kein Horrorfilm, aber es geht auch um die Grundstimmung, den Flair und ich denke, kaum ein Vertreter bringt das so gut rüber im FSK-12-Bereich wie eben Ghostbusters 1. Ich habe mit dem Kurt ein bisschen diskutiert und da sind ja auch natürlich so ein paar Klassiker gefallen wie Beetlejuice, auch das natürlich ein super toller Film, um sich in Stimmung zu bringen. Oder Hokus Pokus, da habe ich euch ja das Steelbook von Zavi gezeigt. Aber auch Gremlins 2, der erste Teil der Gremlins, den wollte ich eigentlich bringen, aber der ist ab 16 freigegeben. Okay, der zweite ist jetzt auch nicht mehr so der gruseligste Film, auch mehr die Komödie. Und dann hatte ich noch Teen Wolf erwähnt, aber da sagte der Kurt einfach nur wie immer, oh leck, das passt überhaupt nicht rein. Und das haben wir mal weggelassen, aber ich wollte dennoch diese Klassiker natürlich erwähnt haben, aber für uns ganz klar freigegeben ab 12 Jahren der beste Gruselspaß zu Halloween Ghostbusters. Jo, meine lieben Filmfreunde, das war es dann auch schon wieder mit meiner Top 5 Liste. Wie hat sie euch gefallen? Wie gefallen euch die Filme? Und habt ihr vielleicht noch den ein oder anderen Tipp freigegeben ab 12 Jahren? Schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Haut in die Tasten. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Danke fürs Zusehen und bis dahin. Servus.